Ja Freunde und damit darf ich euch ganz recht herzlich begrüßen zum nächsten sehr traurigen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Anfang, Freunde, ganz ganz kleine Werbung für mein Hoodie vom Modelabel DNKN Clothing. Checkt das sehr sehr gerne mal ab. Ich habe so eine kleine Weihnachtsaktion gemacht. 59,90 pro Hoodie. Schautet gerne mal vorbei. Qualität. Stockgüsel made in Türkei. Also wirklich eine 1A Qualität. Ja, kein China-Kram. Checkt das sehr sehr gerne mal ab. Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los. Okay Freunde, ich habe euch ja vor ungefähr anderthalb Wochen ein kleines Video rausgehauen zu den Tabakpreisen, die ab 1.1.2022 stattfinden. Und wir haben tatsächlich ein Update bekommen vom lieben Hooker Flow aka Flowey Moey. Die Seite von ihm werde ich euch mal in die Kommentare gleich oben anpinnen, damit ihr das Ganze mal durchschauen könnt. Ich werde auch vielleicht ein kurzes Bild einblenden. Eigentlich will ich das nicht, weil da wird glaube ich jeden Instant schlecht. Und zwar, der Flow hat bei allen Herstellern angefragt und hat von ungefähr 15 bis 20 schon Antworten, wie die Preise ab dem 1.1.2022 werden sollen. Und ja, wir sind im Durchschnitt, sag ich mal, bei den Tabaksorten oder bei den Herstellern, wo er angefragt hat, bei 16,90 Euro beziehungsweise 17,90 Euro. Und haltet euch fest, wir liegen im Durchschnitt bei 24,90 Euro für Virginia 200 Gramm ab 1.1.2022 mit der neuen Steuerbahnrolle. Da haben wir zum Beispiel Hukain, alter Preis 16,90 Euro, neuer Preis 23,90 Euro, Oostobacco von 16,90 Euro auf 24,90 Euro sogar, Revoshi von 16,90 Euro auf 23,90 Euro. Sehr, sehr, sehr heftig finde ich Fumari, 22,90 Euro auf 22,90 Euro. Also Fumari ist bisher der einzige Hersteller, der nicht den Preis anhebt. Warum auch immer. Entweder können sie sich das leisten oder das ist halt einfach ein nicer Move. Ja, also das ist schon sehr, sehr geil von Fumari, dass sie nicht 1 Euro anziehen. Ansonsten haben wir hier im Durchschnitt Barbos, Ottermann, Tabu. Okay, Tabu auch von 16,90 auf 19,90. Das geht auch noch preislich. Das sind dann die 3 Euro, die eh erhöht werden. Wir haben Brohood 17,90 auf 21,90. Wir haben Rise von 17,90 auf 23,90. Wir liegen am Ende des Tages tatsächlich bei der höchsten Steigerung. Wer hat das bei Awards? Kenne ich leider nicht. Von 16,90 Euro auf 24,90 Euro. Genau wie bei Os, 16,90 auf 24,90. Das sind 8 Euro, 8 Euro pro Dose. Ja, das müsst ihr euch mal durch den Kopf ziehen lassen. Die 3 Euro, die haben wir so oder so. Also roundabout nur 19,90 bis 20,90 hätten wir so oder so gehabt. Jetzt kommt bei dem anderen Hersteller gesamt zwischen 7 und 8 Euro drauf. Warum? Ich kann es euch nicht sagen. Ob Produktion, Steuer, keine Ahnung oder ob man sich das Geld einsteckt, das weiß ich nicht. Ich bin kein Hersteller. Auf jeden Fall werden wir den günstigsten Preis nächstes Jahr haben. Aktuell bei 19,90 für 200 Gramm Virginia Tabak. Kein Dark Blend. Und aktuell der teuerste ist 24,90. Ja, 24,90 bei Awards. Ottermann, True Passion zieht auch auf 24,90 Euro an. Fadi Tobacco, Cavalier, Barbos. Die ziehen alle roundabout auf 24,90 hoch. Also 25 Euro für eine 200 Gramm Dose. Vor 8 Jahren war es die Hälfte, das wir bezahlt haben. Ja, nur mal so am Rande. Und das ist das Update. Der Flo, der wird sich da richtig reinhängen und euch weiter die Updates ballern auf der Seite. Also checkt den Link in den Kommentaren, nicht in der Videobeschreibung. Das finde ich schon bullig. Ja, an alle die, die jetzt sagen, okay Bruder, jetzt muss ich bei shishashmitty.com im Onlineshop richtig Tabak suchten. Ja, macht das gerne. Aber chillt. Ja, chillt. Was manche Leute für Geld ausgeben, Leute. Chillt. Wir dürfen noch abverkaufen. Ja, das heißt nicht, dass ihr jetzt die letzten Tage im Dezember euer komplettes Erspartes in Tabak stecken müsst. Nein, meiner Meinung nach sind wir Januar, Februar, März immer noch clean mit den alten Steuerbanderholen. Da müssen wir aber mal schauen. Wer, wie gesagt, sich eindecken möchte oder ein bisschen andecken möchte, gerne bei mir im Shop. Unterstützt die kleinen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Ich werde hier mal an meinem Köpfchen ziehen. Das läuft jetzt auch schon einige Minuten. Perfekt. Jo, also, noch läuft der Kopf. Ihr wisst jetzt Bescheid, wie die neuen Steuerbanderholen und die Hersteller angezogen haben. So sieht es aus. Ich denke mal, wir werden in Anführungsstrichen alten Tabakmangel haben. Gehen Frühling. Gehen Sommer. Weil natürlich haben die Hersteller jetzt noch einiges produziert. Viele Shops haben Gigafier gekauft. Wir haben natürlich auch nochmal investiert. Deswegen, wer kaufen und supporten möchte, sehr, sehr gerne bei mir im Shop. Und ja, das wären auf jeden Fall wilde Zeiten. Die werden natürlich nicht lange bleiben, die 24,90. Weil ab 1.7. natürlich 25 Gramm hergestellt werden müssen, dürfen, sollen. Okay, Leute. Dann schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung dazu. Ich werde es ja schon wissen. Jeder wird sich freuen. Uhu, endlich Tabaksteuererhöhung nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Traurigerweise haut rein, euer Schmidi. Peace.